Ich warte grad bis mein Eisen brennt. Währenddessen Strip mine ich einfach in die Gegend rum. Oh, 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 Höhle. Höhle gefunden. Ich farm grad in der Zwischenzeit ziemlich extrem schön Stein einfach. Ja, das mache ich auch gerade. Während ich meine Wohnung ausbaue, meine ich damit. Heißt, ich mache was sinnvolles. Oh, du bist so cool. Ja, ich hab ihn drauf. So geil wie ich ist nur ich. Ja, das muss so. Das ist deutschskill. Warte, da fehlt noch ein Satz. Haftbefehl. Nee, hier packe ich Glas hin. Ey, ich hab ne Schlucht gefunden. Hi, Pepe Creeper. Nein. Rein, raus, tschüss. Ja, okay. Der lässt mich einfach allein. Was hab ich denn getan? Ich habe einen Auftrag. Und der ist? Ich muss pissen. Nee. Nee, aber das muss ich machen. Vielleicht komm mal wieder runter zu dir. Oder bist du inzwischen wieder raus? Ich bin hier oben. Ich bin immer noch tief drinnen. Und das klingt immer noch zweideutig. Es sollte die ganze Zeit durchgehen zweideutig klingen. Wenn ich jetzt wüsste, in welche Richtung du gegangen bist. Ich hab den nach rechts. Nein, äh. Ja, ich muss noch mal zum Lava. Hm. Boah, Alter. Euglein juckelt. Huh. Und ihr wisst ja, während das Euglein juckelt, kann man nicht zocken. Mh, okay. Das ist so ne Logik, die ist schon zu logisch. Sag mal, wie viel brauchte man nochmal für ein Portal? 14, ne? 10. Äh, nee. Warte mal. 12. 10 eigentlich nur. Dann war es 10. Weil man braucht die Ecken nicht. 3, 6, 6, 10. Ja schon. Ich weiß. Aber ich baue immer ganz gern mit Ecken. Ja, dann brauchst du 12. Ich würde es lieber ohne Ecken machen. Ich gieße es lieber. Ey Nils, wo bist denn du gerade? Mit 1 HP von einem Reaper am Wegrennen. Ach so. Natürlich. Wenn du ein sicheres Haus brauchst, komm zu mir. Ballert bei dir. Ich bin im Wald beim Spawn. Ach so, dann hast du verkackt. Nils, ballert bei dir. 14, 16. Gut, ich habe einen sicheren Ausguck. Und dahinten ist Laser am Fighten. Geigen. Geigen. Mit den Enten davon. Geigen Monster wahrscheinlich. Ihr habt das nicht gehört, oder? Ich habe nicht drauf geachtet. Warte, ich gehe jetzt das Zeug von Laser aufsammeln. Er wird dich hassen dann. Er wird dich richtig hart hassen. Das hättest du vormachen sollen. Mehr Undercover. Und das ist auch wieder premium deutsch. Mehr Undercover. Undercover. Undercover-Bus. Weißt du, wenn du Probleme hast, dann sei mehr Undercover. Ey. Wenn du Probleme hast, dann musst du einfach nur Undercover gehen. Geh steil. Wie der Himmel. Haha, Laserstippen ist jetzt in der ersten Reihe im Anguck. Im Ausguck. Oh. Oh. Deutsch. Pfff. Deutsch. Warum? Popcorn dabei. Deutsch. Warum? Deutsche Sprache, schöne Sprache, wenn man sie benutzt. Wenn man sie kann. Ne, wenn man sie benutzt. Können. Ja, das ist auch. Das ist der andere Punkt. Ey Peppe, ich bin in der anderen Richtung, ne? Ja, ich weiß. Ich hatte ja auch nie wirklich vor, zu dir zu kommen. Oh, du bist voll böse. Magst du mich nicht? Bin ich nicht hübsch. Nein. Das war jetzt hart. Arsch. Und Titten. Und es gibt ungelogen ein Lied, das so heißt. Und es gibt ein Lied, ich kenne ein Lied, dessen Main Text ist. Pussy. Also, ja. Ich kann ne zweite Dingsrüstung machen. Eisenrüstung. Toll, und? Falls jemand will. Okay. Naja. Ich schätze gern, aber ich bin bloß am Farmen, also ich schaff's irgendwann selbst noch Eisen zu finden. Okay. Ich hab nen Stack Eisen im Ofen gepackt. Darfst du's hier? Ist die zwei verfügbar, oder? Ja, ja. Kannst du benutzen. Ich steig bald auf Diamanten um. Mal, dass da oben kein Zombie mehr ist. Ich steig bald auf Diamanten um. Du vielleicht, aber nicht wir. Töpf binne! Naja. Irgendwann werden wir's, äh, werdet ihr's auch tun. Allerdings liegt das daran, wie oft ich Level 30 farben muss. Jungs, gern noch 10 Minuten. Für dich? Ja. Jo. Dann hat die Stunde der... Jetzt schleiß ich so ein Zombie an mich ran, brennt da wie ein verrückter Jugendlicher. Mongo, Mongo. Sag Mongo. Okay. Jugendlicher. Jugendlicher? Ja, Jugendlicher. Alter. Das ist ne blasphemische Aussage über Jugendliche, nicht Juden. Die Juden haben damit nix zu tun. Achso. Ah, okay, hab ich falsch verstanden. Sorry. Deswegen hab ich gelacht. So, ja klar. Da, 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 da. Da bekommt das Eisenequip. Yay! Also, Verlustung mein ich. Jetzt hat er's tatsächlich getan. What? Nja, ha, ha, ha. Welchen Level seid ihr? 16. Uh, jetzt kommt mein schönes Eisenschwert. Selbst gepixeltes Katana. Oh, falsches Texture Pack. Bullshit. In der 32x32 Person sieht Kacke aus. Ich muss kurz das Texture Pack wechseln. Halt euch ja 128 mal. Ja, das ist der Witz an der ganzen Sache. Warte, ich glaube die verbesserte Version, ich glaube das ist das Test Pack. Ja, fertig, mal gucken, mal gucken. Ja, ist besser. Ich spiel auf Standard, Minecraft. Dein Pech. Nein, das ist kein Pech, das ist Absicht. Ja, die Standardfextionen schauen auch nicht schlecht aus. Ich wechsel das Resource Pack im Allgemeinen jetzt mal. Na, ich glaube es war die, äh, Norm. Sag mal, wo hast du die Bücher hingepackt? In die Truhe. Reicht'n die eigentlich? Standardtexturen auf 32x32 hochgepixelt. Natürlich nicht. Wir brauchen 45 Bücher. Wie viel haben wir? Neun. Moment, ist das Eisenschein nicht auch umgeändert worden von mir? Neun. Neun Bücher. Haben wir. Da waren doch noch ein paar mehr Bücherregale in so'n Dorf. Ja, aber ich hab die mit Kubi geteilt, beziehungsweise er hat mit mir geteilt. Also eigene Spitze hatten. Ach, scheiße. Und ich dachte, ey, wir sind schnell schon aufgeschritten. Ey, scheiße. Ne, ich war ja der Einzige, der abgebaut hat. Kubi war sogar vor mir da. Der hat mir welche abgegeben. Sind wir froh, wenn ich zu haben. Das ist eh kein Challenge zu kriegen. Wir brauchen nur Kühe und dann haben wir die. Ja, dann sorgen wir dafür, dass wir Bücher haben. Das ist echt ein Scherz, weißt du? Ich bin jetzt hier seit, ich weiß nicht wie lange, in der Kackmine drinne. Und bin an der Ebene 15. Okay, 15 ist vielleicht nicht die richtig Diamantenebene. Aber ich finde einen Scheißdreck. Und du läufst hier einfach lang. La 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 la. Zack, der Mann. Kann mal bitte denn jemand sagen. Na ja, mal Glück, mal Pech, mal hat mal Gandhi. Oh. Kann bitte denn sich jemand darum kümmern, dass wir Bücher haben? Bitte. Nein. Heute nicht. Wenn du Zucker drauf findest, ja. So, Steinschwert. Äh, Steinschwert. Also, ich komme mal wieder hoch. Peppy, hast du schon Obsidian, oder? Ja, ja, du musst nicht hoch, sondern in die andere Richtung und dann nach links. Und dann siehst du mich hier schon farm. Oh, geil, ich sehe euch da unten. Ja, ich sehe dich schon. Lauf ich mal zu dir kurz. Ja, soll ich schon mal was abholen, oder? Hast du schon 10? Ne. Ich habe schon 20. Äh, dann gib mir schon mal 10, dann, ähm. Ey, Nils. Dann baue ich schon mal das Portal. Nein, das würde ich machen. So, deutschen Sprachen, schwere Sprachen. Kannst du es gerne anzucken? Also, deutsch ist eine gute Sprache, deutsch ist toll, spreche ich gern deutsch. So, dann gehst du zurück. So, nie so wissen du. Ich bin, äh, beim Spawnwald Holzfarm. Okay, dann komme ich zu dir. Dann komme ich mal vorbei. Brauchst du irgendwas? Rauchst du irgendwas? Gut, ich komme mit 5 Gramm Koks vorbei. Warte, willst du rauchen? Hm. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich baue mir jetzt auch ein provisorisches Häuschen schnell. Ich nehme mal kurz so ein Steinschwert noch zusätzlich mit, weil das Eisenschwert, das ich gemacht habe, kaputt geht. Mein Eisenkatana mit Blut bedeckt oben. Selbst gepixelt. Wir können ja unser eigenes Dorf so ein bisschen in dem Sinne bauen, dass sich jeder von uns sein eigenes Haus baut. Ich habe mein eigenes Haus schon, haha. Ja, komm, im Boden. Ey, das ist besser als gar nichts. Besser als das, was du hast. Du hast nur eine Rüstung und ein Schwert. Habe ich auch. Ja, und du hast das Zeug von mir. Ja, supi. Wenn ich es kriege, nehme ich es mir auch. Also eben noch nicht ganz. Die Rüstung stimmt noch nicht. Aber da sind die ja mal ein Schwert und Spitzhacke, stimmt schon. Oh, komm, ich mache es was anderes. Kackweg, ey. Boah, 500 Kilometer laufen später. Machen sie nicht alle Eisenrüstung. Das ist keine Rüstung, Alter. Eisenrüstung ist vollkommen ausreichend. Die Rüstung ist Verschwendung. Ich glaube, wir sind auf dem falschen Weg. Schaden, weniger Punkte sind. Hey, warte, da ist einer von euch. Ja, wenn du das Ganze noch auf Level 13 entstanden hast. Einer ist gerade neben Kaktussen vorbei. Ich. Kacktäne. Grüßt du. Bitte. Dann, ich stehe hier auf dem Berg. War das der Weg nach oben? Ich bin oben. Oh, da ist die Wohnhölle von True Alter, aka Alex. Hölle, mit Absicht so geschrieben. Welchen Weg bist du beim Creeper gegangen? Links oder rechts? Äh, geradeaus, glaube ich. Ich glaube, wir sind mit meiner Steinlanze rum, aka Steinschwert. aka Steinlanze. aka ist so, weil muss so, weil Texturpack und so. Weil aka benutzt. Ich nutze gerne aka, weil es so... Ich habe Zuckerrohr! Sauber. Bring her, Biatch. Für Peppy. Für uns alle. Für mehr Pepp im Leben. Oh, Alter. Entschuldigung. Übertreibs mich. Ach, die Nivellosen Witze kommen noch. Ja, aber gerade sagen, ne? Niveau ist bei mir ein Spätsünder. Es muss erst mal aus dem Boden raus. Nietzünder. Das ist auch keine schlechte Idee. So, Zuckerrohr. So, wo klappst du mir das jetzt eigentlich hin? Ich glaube, bei mir wird es gleich laut. Meine Eltern sind wieder da. Autsch. Blutig frühzeitig. Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Hat jemand noch Holz? Bau dir welches ab. Ich baue mir kurz mein Häuschen. Ich baue mir jetzt auch noch ein paar bisschen Holz ab. So ein bisschen Eiche. Eichel? Ich habe einen Apfel. Nein, Eichenholz. Kein Eichel. Eichelholz. Und mich sagen, dass ich kein Niveau habe, ne? Den Joke hatte ich schon mal gebracht. Ich fand den immer noch lustig. Warum? Und mir sagen, dass ich kein Niveau habe. Ja, habe ich auch kein Niveau im Vergleich zu mir. Oh, Moment. Hast du eine Freundin, Nico? Ja, habe ich. Schabt ihr sich auch mal so ein bisschen Eichelholz bei dir ab? Ja, richtig viel. So viel, wie es so geht. Wie eingestaubt seid ihr bitte mit eurem Sechsleben, ey? Also mit unseren Sechsleben haben wir schon drei verprasselt. Sorry, ne? Gut, dass ich wie eine Katze bin. Ich habe neun Leben. Sag mal, wo klatschen wir das hin? Alter, wieso hast du schon eins gebaut? Sag mal, wo klatschen wir den jetzt hin? Das Portal. Weiß ich gar nicht. Vergesst, wir brauchen auch für den Enchanting-Table Obsidian. Das Enchanting-Table steht schon bei uns hier. Ach so. Da. Da. Waren das jetzt drei oder zwei breit? Drei, äh, ne. Zwei breit. Zwei breit. Oh, finde ich das schön, dass der Rennenknopf jetzt absoluten Rennenknopf gibt. Happy, soll ich dir schnell zeigen, wie du es bauen sollst? Ich habe noch mehr Schafe gefunden. Bin gerade in der... Da. Äh. Gut, wir brauchen keine Wolle mehr. Schadelein. Nochmal Kohle, 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 Kohle. Ach so, ja. Kohle, 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 Kohle. Jetzt kriegen wir Copyright-Strikes wegen Gronkh und Kohle. Was? Wenn er Kohle, 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 Kohle... Der ist wegen uns gehypt worden, ne? Nicht vergessen, ne? Rauszugehen. Und uns hätte er nie und immer die Millionen geknackt. Hat jemand Essen? Ich habe ein bisschen was, aber ich muss erst mal zuerst rum. Hat jemand... Ah, scheiße. Wohnt jemand in Essen? Der Bummer. Ich brauche nur Flint. Ja, habe ich. Was zahlst du? Ich verkaufe... Gegen ein Eisenspech in den Kopf hinein. Auf, ab, ab. Ich brauche Essen. Ja, komm halt her. Wo bist du? Hier. Einfach so straight in die Landschaft pflanzen, ne? Nom, nom, nom. Hui! Hi. Wer braucht jetzt was? Weed. Smokeweed every day, 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 day. Wir brauchen jetzt irgendwas, wo man Zuckerrohr anpflanzen kann. So, jetzt brauche ich doch noch eine Rüstung. Also, jetzt los singen. Untertitelung des ZDF, 2020